Heute stelle ich dir 10 Aktien für Anfänger vor. Ich habe die Unternehmen nach drei Kriterien ausgewählt. Erstens, du kennst die Aktien aus deinem Alltag. Zweitens, das Geschäftsmodell ist einfach verständlich. Und drittens, das Unternehmen ist zukunftsfähig. Als Anfänger möchte man entspannt investieren und nicht täglich von Krisenmeldungen bombardiert werden. Hm, gibt es nun mehr Rauch oder nicht? Wie geht es bei E-Zigaretten weiter? Hilfe, schon wieder ein drohendes Verbot! Deshalb habe ich Dauerkrisenbranchen wie Tabak weggelassen. Natürlich habe ich auch selbst 1000 Euro in eine der heutigen Aktien investiert. Das ist kein Laber-Kanal hier. Ich handle das, was ich erzähle. Ich investiere jede Woche 1000 Euro in eine starke Aktie mit Wachstum. Am Ende des Videos gibt es ein Depot-Update. Abonniere meinen Kanal, um mich auf meine Finanzreise zu begleiten. Bevor es losgeht, kurz noch die Aktientipps unserer Community. Das waren die drei besten Tipps aus dem letzten Video. Da ging es zum Hidden Champions. Ich habe es dir hier oben verlinkt. BlackThump findet InMode aus Israel spannend. Das Unternehmen bietet Laserschönheitskorrekturen an. Es steht wegen den Abnehmenspritzen aus Zempik und Vigo wie heftig unter Druck. Doch das dürfte nur eine krasse Überreaktion sein und so eine spannende Turnaround-Chance bieten. Die fundamentale Entwicklung war bis jetzt sehr, sehr gut. Thomas Hinkle sieht Chancen bei Emetec. Das Unternehmen ist in der Elektrotechnik tätig. Sie stellen zum Beispiel Elektromotoren, Pumpen und Spezialwerkzeuge her. Emetec setzt bewusst auf Nischenmärkte, wo sie eine führende Rolle einnehmen. So können sie die Preise festlegen, wie sie wollen und die Inflation easy ausgleichen. Das ist eine dieser defensiven links-unten-rechts-oben-Aktien. Der Spreewalder sieht Chancen bei der deutschen Firma Stoh. Sie stellen Farben, Putze und Beschichtung her. Sie sind Marktführer für Fassadendämmung. Wir haben aktuell sehr hohe Zinsen und das Heizungsgesetz von Habeck. Deshalb wird kaum gebaut und das hat die Aktie abstürzen lassen. Die Zinsen sollten jedoch Ende 2024 herum wieder sinken. Dann sollten die Neubauten wieder zunehmen und parallel dazu die Aufträge an Stoh. Heute geht es um Aktien für Anfänger. Schreib deinen Tipp unten als Kommentar. Im nächsten Video gibt es dann wieder ein Shoutout für starke Ideen. Okay, genug der Einleitung. Starten wir durch. Mastercard ist meine erste Aktie. Das ist dein Zahlungsdienstleister. Wenn du deine Kreditkarte anschaust, siehst du rechts ein Symbol. Da steht in der Regel Visa oder Mastercard dran. Beide Unternehmen sind Zahlungsnetzwerke. Sie schieben dein Geld weltweit herum. Dafür nehmen sie sich einen winzigen Teil davon als Provision. Mastercard und Visa machen nun eine sehr schlaue Sache. Sie geben die Karten nicht selbst raus. Stattdessen vergeben sie Lizenzen an Banken, die sich dann darum kümmern. Der Markt wird von diesen beiden Unternehmen dominiert. Deshalb erwähne ich beide immer in einem Atemzug. Wir haben ein Duopol. Visa ist in den USA extrem stark. Dort gibt es aber kaum noch Wachstum. 77% der US-Amerikaner haben bereits eine Kreditkarte. In Deutschland sind es vergleichsweise nur 57%. In Asien noch weniger. Mastercard ist weltweit breiter aufgestellt. Deshalb würde ich sie bevorzugen. Du kannst aber auch Visa kaufen. Im Endeffekt sollten beide Aktien ähnlich defensiv und stabil laufen. Hier kommt eine zweite Aktie. Es ist das Unternehmen, welches in diesem Gerät hier steckt. Es ist natürlich Meta. Die Aktie wurde unter anderem wegen diesem Gerät verprügelt. Es gab damals aber auch sehr viele Probleme. Die Umsätze gingen runter. Das Werbegeschäft kriselte. Meta verdient sein Hauptgeld ja mit Werbung. Apple sorgte mit einem iOS-Update für Sorgenfalten. Seitdem müssen wir dazu stimmen, bevor Apps ihre Daten sammeln dürfen. Für einen Werbekonzern wie Meta ist es extrem schlecht, weil sie weniger Daten erhalten. Doch das ist ausgestanden, wie dir die rasanten Kurseholung hier zeigt. Das klappte, weil man Aggressivkosten einsparte. Bis Anfang 2023 entließ man 21.000 seiner Mitarbeiter. Außerdem machte Twitter bzw. Ex-Konkurrent Threads große Hoffnungen. Und dann haben wir zu guter Letzt die neue Meta Quest 3. Sie ist vor ein paar Wochen pünktlich fürs Weihnachtsgeschäft erschienen. Mein erster Eindruck ist positiv. Die Grafik ist deutlich besser. Man hat weniger Motion Sickness. Das ist das Hauptproblem von VR-Headsets. Man muss sich paar Stunden oder sogar Tage einspielen, bevor es einem nicht mehr übel wird. Das ist bei diesem Headset deutlich besser, aber noch immer ein Problem. Es wird noch paar Jahre dauern, bis VR wirklich massentauglich ist. Du musst aber nicht ans Metaverse glauben, um die Aktie zu mögen. Analyst Kelly sieht das widerstarkte Werbegeschäft als Kaufargument für die Aktie. Kommen wir zu einem dritten Unternehmen. Als deutscher Anleger möchte man in eine deutsche Aktie investieren. So generell ist es weniger schlau. Der einzige Kaufgrund ist am Ende der, weil es eben deine Heimat ist. Das ist ein Börsenfehler und heißt in der Fachsprache Homebuys. Aber okay, es ist verständlich, dass man in das investieren möchte, was man eben kennt. Deshalb habe ich dir ein solides deutsches Unternehmen herausgesucht, und zwar die Deutsche Post. Inzwischen wurde die Aktie in DHL Group umbenannt. Das Geschäftsmodell ist simpel. Man verschickt Pakete um die ganze Welt und verdient an den Transportkosten. Zuletzt stand die Aktie wegen der Weltwirtschaft unter Druck. Es gab die ganzen Rezessionsängste. Doch ab Ende 2024 dürften die Zinsen wahrscheinlich wieder fallen. Das dürfte etwas Druck aus dem Kessel nehmen. Sobald es wirtschaftlich wieder besser läuft, dürfte auch die DHL Group profitieren. Die Post ist aktuell historisch günstig bewertet. So preiswert war sie zuletzt vor einem ganzen Jahrzehnt. Deshalb kann man sich jetzt langfristig positionieren. Außerdem gibt es ein Dividende von 4,6%. Das ist eine Aktie, die man sich ins Depot schmeißt und im Schlaf Dividenden kassiert. Aktie Nummer 4 ist... Wer das Unternehmen nicht kennt, lebt hinter dem Mond. Und selbst da dürfte man Apple kennen. Hier siehst du die Auftragung der Umsätze. Mehr als die Hälfte davon wird nur dem iPhone erzielt. Der Tech-Konzern ist stark von einem einzigen Produkt abhängig. Ansonsten haben wir das iPad, Macs, Wearables wie die Airpods und Services. Dazu zählen die Kommissionen im App Store und digitale Inhalte wie der Streaming-Service Apple TV+. Apple verdient also an Produktverkäufen und an dazu passenden digitalen Leistungen. Der Konzern hat die fiese Masche mit Up-Sales perfektioniert. Sagen wir, du willst ja ein neues iPhone kaufen. Hm, 949 Euro fürs iPhone 15 klingt super. Kaufen wir mal. Och, für gerade mal 150 Euro mehr kriege ich einen deutlich größeren Bildschirm. Okay, machen wir das. Ich kaufe das Gerät ja für ein paar Jährchen. Okay, Farbe Gelb. Cool. Jetzt kommt der Speicher. Hm, 128 Gigabyte hören sich wenig an. Für 130 Euro mehr kriege ich doppelt so viel und ich muss mir keine Sorgen machen. Und ich kann das Gerät ja sogar finanzieren. Dann sind es nur 5 Euro mehr im Monat. Das ist schon okay. Kann ich mir so gönnen. Apple hat es geschafft, dich von 949 auf 1229 Euro abzusellen. Das ist die größte Stärke des Unternehmens. Sie haben den Slogan Qualität hat ihren Preis perfektioniert. Jeder weiß, dass man für den Apfel drauf zahlt. Trotzdem macht man das, weil man eben Qualität erhält. Microsoft ist meine fünfte Aktie. Es ist nach Börsenwert das zweitgrößte Unternehmen unserer Welt. Nur Apple ist größer. Microsoft hat viele berühmte Produkte. Windows dürfte jeder kennen und auch die Gaming-Sparte. Xbox kennt wirklich jeder. Interessanterweise sind es aber nicht die größten Umsatzbringer. Sie haben zuletzt sogar deutlich eingebüßt. Am wichtigsten sind ganz klar die beiden Sparten links. Und das sind Server, Cloud und Office-Produkte. Vor allem die Cloud ist ein großer Umsatztreiber. Microsoft Plattform heißt Azure. Sie hat 22% Marktanteil. Hier ist man hinter Amazon Web Services die weltweite Nummer 2. Bis 2030 soll der Cloud-Markt in den USA um 14,8% im Jahr wachsen. Das ist sehr viel und sorgt für konstant steigende Umsätze. Außerdem investiert Microsoft aggressiv in AI. 2019 hat man eine Milliarde in OpenAI gebuttert. Dieses Jahr kamen weitere 10 Milliarden hinzu. OpenAI ist der Mutterkonzern von ChatGPT. Microsoft möchte die Chat-Anwendungen in seine Office-Tools und sogar in Azure integrieren. Der Tech-Konzern befindet sich langfristig auf Wachstumskurs. Deshalb ist es eine spannende Aktie für Anfänger. McDonalds ist meine sechste Aktie. Ich würde da niemals mit einem Date hingehen. Aber Samstag um 4 Uhr nachts bin ich der Stammkunde. Das Unternehmen hat eine Besonderheit. Viele halten McDonalds für eine Restaurantkette. Sind sie auch so nebenbei. In erster Linie ist McDonalds aber ein Marketingunternehmen. Klingt komisch, aber diese Zahlen beweisen dir, was ich meine. Die Anzahl der von McDonalds selbst betriebenen Restaurants geht jährlich runter. Aktuell werden nur 5% persönlich von ihnen geführt. 95% der McDonalds-Restaurants sind Franchise-Geschäfte. Das heißt, du kannst an den Konzern rantreten und sagen, Kollegas, ich möchte eine McDonalds bei mir im Kudorf eröffnen. Du beweist ein paar hunderttausend Euro und erzeigensbar Verträge, dass du monatlich so und so viel vom Umsatz abzwachst. Und schwupps, schon kann es losgehen. McDonalds verdienen fleißig in dein Umsetzen im Kudorf mit, ohne selbst ein größeres Risiko zu haben. Gehst du pleite, gehst du pleite. Das ist die Macht von Franchise-Modellen. Im Endeffekt ist McDonalds hauptsächlich fürs Marketing zuständig. Sie sind die Graalshüter der heiligen Reputation, damit die Kunden weiterhin fleißig ins Restaurant strömen. Dafür tüfteln sie an neuen Produkten und schalten fleißig Werbung. Das schlanke Geschäftsmodell hat McDonalds zu großem Erfolg verholfen. Es gibt sogar 2,5% Dividende. Deshalb ist es eine starke Aktie für Anfänger. Machen wir mit Aktien Nummer 7 weiter. Es ist der Versandries Amazon. Die Aktie hat sich von den Tiefskursen Anfang 2023 erholt. Bis zum Allzeithoch ist es aber noch ein kleines Stückchen. Was Amazon macht, sollte jeder aus eigener Erfahrung wissen. Ich wohne in Riga, das ist die Hauptstadt Lettlands. Und sogar ich bestelle immer meine Sachen lieber bei Amazon aus Deutschland, anstatt die lettischen Online-Shops zu nutzen. Der Service hier ist nicht einmal ein Drittel so gut wie bei Amazon. Der größte Teil der Umsätze kommt aus dem Online-Handel. Es gibt aber noch weitere Einkommensströme. Zu den Subscription-Services zählen Prime Video und der Hörbuch-Service Audible. Der spannendste Punkt ist aber AWS. Das ist die Cloud-Sparte Amazon Web Services. Sie macht zwar nur 16% aller Umsätze aus, doch das ist nur die halbe Wahrheit. Dieser Bereich wächst am stärksten und erzielt bereits jetzt die mit Abstand höchsten Gewinne. 2022 hat AWS dem Versandriesen den Hintern gerettet. Das Kerngeschäft hat nämlich rote Zahlen geschrieben. Es sollte jedoch wieder in die grünen Zahlen drehen. Die Grafik zum Cloud-Markt hatten wir bereits vor bei Microsoft. Amazon ist jedoch die Nummer 1 in einem starken Growth-Markt. Das dürfte die Aktie weiter beflügeln. Amazon ist nicht aus unserem Alltag wegzudenken. Es ist eine starke Burggraben-Aktie für Einsteiger. Meine nächste Aktie heißt Alphabet. Gerade jetzt, in dieser Sekunde, nutzt du eines ihrer Produkte. Es ist YouTube. Das berühmendste Produkt liegt dir bestimmt auf der Zunge. Es ist Google. Google hat es sogar in den Duden geschafft. Allein das zeigt, wie groß der Burggraben die Suchmaschine ist. Das Unternehmen tüftelt an seinem AI-Chatbot Bart. Es sollen die ganzen Anwendungen wie Gmail, YouTube oder Google Flights integriert werden. Google hat die KI-Revolution nicht verschlafen. Alphabet kann aber noch mehr. Hier siehst du die einzelnen Umsatzquellen. Durch große Umsätze wird über die Google-Suche generiert. Das Geld kommt von Unternehmen, die dort ihre Werbung schalten. An zweiter Stelle haben wir YouTube-Ads. Das gleiche Prinzip wie bei Google, aber eben nur für YouTube. Die anderen Posten sind deutlich kleiner. Wir haben Hardware, aber auch die Google Cloud. Sie ist deutlich kleiner als bei Amazon und Microsoft, doch sie wächst sehr stark. Damit ist Alphabet auch in diesem starken Growth-Markt vertreten. Google mischt in zahlreichen Wachstumsbranchen mit. Es ist ein Unternehmen für die Zukunft und auch für dein Depot. Aktie Nummer 9 ist das spekulativste Papier für heute. Es ist Tesla. Der Aktienkurs ist eine wilde Achterbahnfahrt. Wenn du als Anfänger in diese Aktie investierst, musst du unbedingt Nerven mitbringen. Tesla ist ein Unternehmen, das die Gemüter spaltet. Manche glauben an Elektroautos und an Elon Musk. Für andere ist er das verkörperte Übel. Ob er Engel oder Teufel ist, darüber kann man streiten. Eine Sache ist jedoch sicher. Der Markt für E-Autos ist eine der stärksten Wachstumsbranchen. Das nächste Jahrzehnt über sollte er sich mehr als verfünffachen. Hier ist vor allem China extrem wichtig. Dort gibt es die meisten E-Auto-Verkäufe. Tesla ist als einziger westlicher Hersteller stark in China positioniert. Sie haben dort eine starke Top-3-Position. Volkswagen versucht in den chinesischen E-Automarkt einzudringen. Das läuft aber bisher weniger gut. Ihre Verbrenner verkaufen sich dort wunderbar. Bei E-Autos versagen sie komplett. Nur Tesla konnte sich dort bisher etablieren. Das Imperium von Elon Musk hat aber noch viel mehr zu bieten. Hier siehst du die Produktpalette. Es ist ein Elektro-Ökosystem. Vor allem die Energiesparte ist hier extrem spannend. Dazu ziehen Produkte wie Solar Roof. Das ist ein Solardach. Oder die Powerwall. Das ist ein Stromspeicher. Die Energiesparte wächst extrem stark. Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnte sie sich auf 6,6% Gesamtanteil von Tesla verdoppeln. Hier gibt es großes Zukunftspotenzial. Tesla ist eine starke Growth-Aktie mit starken Kursrisiken. Gehen die Pläne von Elon auf, ist ein enormes Kurspotenzial drin. Tun sie das nicht, drohen enorme Verluste. Von allen Aktien heute bringt Tesla die meiste Fantasie mit. Kommen wir zu meiner letzten Aktie und zu meinem 1.000 Euro Investment. Springen wir zu meinem Broker Freedom24. Wenn du noch einen Broker mit günstigen Gebühren und einem breiten Angebot suchst, bist du hier richtig aufgehoben. Ich kaufe mir meine heutige Aktie. Es ist Acholt Delhaize. Ich habe mir 40 Aktien für jeweils 26,87 Euro gegönnt. Zusammen macht es 1.075 Euro. Die Ordergebühren lagen bei 2,80 Euro. Das sind nur 0,26% gemessen meiner Ordersumme. Also quasi nichts und vernachlässigbar. Ich baue beim Freedom24 mein langfristiges Aktiendepot auf. Hier siehst du meine bisherigen Aktien. Dieses Jahr noch knacke ich die 10.000 Euro Marke. Freedom ist ein Allround Broker. Das heißt, du erhältst manche Funktionen, die schlanke Neo Broker nicht bieten können. Du hast zum Beispiel mehrere Handelsplätze zur Auswahl und kannst Instrumente wie Optionen handeln. Außerdem gibt es ein D-Konto, wo du dein Geld parken kannst, wenn es gerade nicht investiert ist. Wenn du die Kohle brauchst, kannst du sie in ein paar Sekunden wieder auf dein Handelskonto rüberschieben und Aktien kaufen. Die Zinsen werden täglich gut geschrieben. Hier siehst du meine täglichen Erträge zuletzt. In Euro gibt es 2,5% aufs Jahr und in US-Dollar sogar 3%. Ich habe dir Freedom24 unten in der Beschreibung verlinkt. Klick rein, um dich selbst vom breiten Angebot zu überzeugen. Ich habe bisher nur den Namen Acholt Delhaize in den Raum geworfen. Was macht die Aktie überhaupt? Hierzu hole ich ein bisschen aus. Ich würde gerne in die deutschen Lebensmittel-Discounter investieren. Vor allem Aldi ist da extrem spannend. Sie expandieren aggressiv in den USA. Leider, leider gibt es keine Aldi oder Lidl Aktien. Deshalb habe ich in Acholt Delhaize investiert. Das ist quasi der niederländische Rewe oder Edeka. Wenn du mal in Amsterdam warst, sind dir bestimmt die Albert Heijn Supermärkte aufgefallen. Die gibt es dort an jeder Straßenecke. Albert Heijn ist die wichtigste Brand von Acholt Delhaize. Sie haben auch einen Online-Shop namens Boll.com. Er ist in den Niederlanden führend. Der Marktanteil liegt dort bei 20-25% herum. Ich spekuliere, dass Boll.com früher oder später an die Börse kommen sollte. Das dürfte passieren, wenn sich die Börsenstimmung für IPOs wieder aufhält. Aktuell dümpen kleine Unternehmen herum. Deshalb dürfte ein Börsengang von Boll.com noch einige Zeit dauern. Acholt ist aktuell fair bewertet. Das KGV sieht auf den ersten Blick sehr niedrig aus. Allerdings liefen Supermärkte zuletzt verdammt gut. In einem wirtschaftlich schlechteren Umfeld dürften sie abgestraft werden. Deshalb bewertet das aktuelle KGV nicht als krasses Schnäppchen, sondern als faire Bewertung für langfristige Investments. Außerdem zahlt Acholt eine starke Dividende von 4%. Die Aktie ist was für langfristige Dividend-Growth-Investoren, die nachts ruhig schlafen möchten. Schauen wir uns mein ganzes Aktiendepot an. Ich habe 5 ungefähr gleichgewichtete Aktien im Depot drin. Das ist doch logisch, weil ich die Käufe in den letzten 5 Wochen gemacht habe. Da ist nicht krass viel passiert. Das Motto meines Depots lautet Panzer der Zukunft. Ich investiere in starke Unternehmen mit starker Zukunft. Acholt Del Heys ist sehr stark in den Niederlanden vertreten und wir Menschen müssen auch in Zukunft was essen. Deshalb gehe ich davon aus, dass Acholt auch noch in 10 oder 20 Jahren dicke im Geschäft sein dürfte. Gib mir ein Like, um dir positives Börsenkarma zu sichern. Danke für deinen Support und wir sehen uns nächste Woche wieder bei meinem nächsten 1000 Euro Investment. Ab jetzt kommt meine Investment-Serie immer am Mittwochabend. Bis dann.